Die freiwillige Jugendarbeit ist uns wichtig. Die freiwillige Jugendarbeit bedeutet mir sehr viel. Ich finde es schön, wie man in den Kindern Freude machen kann, wie man sie begeistern kann und wie man ihnen auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geben kann. Ich glaube, man kann auch als Leiterin persönlich sehr viel profitieren. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen, man lernt, Sachen zu organisieren, im Team zu arbeiten und es ist schön zu sehen, wie man gemeinsam etwas auf die Beine stellen kann. Ich gehe gerne in den Blau Ring und mit anderen Kindern zusammen spielen macht mir Spass. Freiwillige Arbeit ist cool. Seit dem Tod von meinem Vater bin ich im Besuchsdienst dabei. Unsere Vermittlerin hat mich angefragt, ob ich eine Mutter mit vier Kindern entlasten würde. Ich habe mich dazu entschlossen, weil es für mich eine gute Möglichkeit ist, regelmässig mit anderen Menschen in der Natur unterwegs zu sein. Ich empfinde es als grosse Bereicherung, mich freiwillig für Menschen in anspruchsvollen Lebenssituationen einzusetzen. Es sind für mich kleine Sternstunden, die Grosses bewirken können. An der Taufe der Zwillinge habe ich von diesem Besuchsdienst gehört. Ich war sehr froh für die Unterstützung in dieser anspruchsvollen Zeit. So kann ich mir etwas mit den Mädchen machen können oder habe ich etwas mehr Ruhe für mich. Freiwillige Arbeit ist spannend. Es ist eine tolle Herausforderung, der Mittagstisch. Man kann mit wenig Geld und viel persönlichem Einsatz von jedem Einzelnen etwas Gutes machen. Man merkt auch, wie es zurückkommt. Ich weiss, die Leute gefällt auch, dass sie hierher kommen und sich austauschen untereinander. Das ist eine positive Stimmung und das ist sehr gut. Ich komme gerne hierher. Da wird man genug als Mensch. Egal was man hat oder was man nicht hat. Ich komme hierher, in die Hoffkirle. Es ist mir erstens gefällt, hierher zu kommen, etwas zu essen und unter den Kameraden zu sein. Und im Allgemeinen bin ich auch dafür, dass man auch zusammensteht und auch wirklich hier zu schauen tut. Freiwillige Arbeit tut gut. In meiner Arbeit begegne ich ganz vielen Menschen, die freiwillige Arbeit leisten. Sie machen das mit viel Herz, mit viel Engagement für die Gemeinschaft. Sie verdienen unsere Wertschätzung, unsere Anerkennung für ihren Beitrag, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kanton Luzern. Freiwillige Arbeit ist uns wichtig.